Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele. Und ich bin Sebastian und heute geht es zum zweiten Mal um Pickup-Camping und Wohnkabinen. Und wieder ist unser lieber Kollege Andreas Kirsch bei uns zu Gast, verantwortlicher Redakteur beim Magazin Pickup-Camper und seit den 90er Jahren vom Pickup-Camping- und Wohnkabinenfieber infiziert. Ich hatte es in der letzten Folge bei der etwas ausführlicheren Vorstellung schon gesagt, dass er ungefähr schon 30 Kabinen im Zuge von Tests gefahren hat und auch mehrere eigene Kabinen besessen hat. Und entsprechend kann er auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückblicken und uns heute wieder wunderbar mit seinen Berichten und Erklärungen durch die Folge führen. Und herzlich willkommen, Andreas, zum zweiten Mal. Ja, schön, dass ich noch bei euch sein darf. Ja, mal schauen, worum es heute geht. Ja, ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Hatten wir letztes Mal auch schon angekündigt. Wir wollen heute mal auf die Basisfahrzeuge und auf die passenden oder dazu passenden Wohnkabinen schauen. Und vielleicht auch noch mal zu Anfang der kleine Hinweis, auch in dieser Episode gibt es wieder etwas zu gewinnen, nämlich drei Abos, drei Probe-Abos für das Magazin Pickup-Camper. Und wenn ihr erfahren wollt, wie ihr da rankommt, dann bleibt einfach bis zum Ende dran. Genau. Und wir haben uns ja das letzte Mal ein bisschen ausführlicher über die darunterliegenden Pickups unterhalten und dann noch von dir gelernt, welche Arten von Wohnkabinen es so gibt und wie die Leute damit so unterwegs sind. Und ja, heute wollen wir mal so ein bisschen reingucken, wenn ich jetzt vielleicht mich schon mehr damit beschäftige oder vielleicht auch durch unsere Episode letztes Mal Blut geleckt habe und jetzt so mich damit beschäftige. Ich will jetzt auch Wohnkabine fahren, habe auch vielleicht noch kein Pickup. Wie gehe ich denn jetzt vor? Also wenn ich jetzt gerade mir ja quasi dann, also jetzt habe ich ja den perfekten Einstieg, um meiner Partnerin zu sagen, wir brauchen jetzt ein neues Auto, wir brauchen Pickup, weil das ist super praktisch, wenn wir demnächst campen gehen. Muss ich denn irgendwas beachten, wenn ich mir jetzt ein Fahrzeug kaufe? Also abgesehen davon, dass es ein Pickup sein sollte. In der Tat gibt es das eine oder andere zu beachten. Wenn ich jetzt allerdings gar nichts hätte, also noch kein Pickup und auch noch wenig Ahnung von der ganzen Geschichte, da würde ich sogar vorschlagen, dass ich mich eher um verschiedene Wohnkabinen erstmal kümmere, bevor ich mich ums Basisfahrzeug kümmere. Warum ist das so? Wenn ich von Wohnkabinen erstmal wenig Ahnung habe, werde ich mich erstmal davon überraschen lassen und auch davon überrascht sein, welche unterschiedliche Arten von Wohnkabinen es überhaupt gibt. Und genau genommen ist es ja das der richtige Weg, dass ich mich entscheide, diese Größe, diese Art der Wohnkabine, dieser Anwendungsfall tritt ein und ich kaufe mir dann das Häuschen und muss dann sehen, dass ich ein Fahrzeug darunter bekomme. Denn der Pickup ist heutzutage, egal welches Modell man nimmt, ich sag mal vorsichtig, relativ standardisiert. Deshalb ist es eher wichtig, brauche ich eine kleine oder eine große Wohnkabine, wie viel Komfort soll die mir bieten, was stelle ich damit an, fahre ich zum Beispiel eher nach Skandinavien oder nach Schottland oder Island, habe ich also eher die Wahrscheinlichkeit schlechten Wetters, kalten Wetters, dann muss die gut isoliert sein, dann muss die vernünftig ausgestattet sein, ich möchte auch darin wohnen können und nicht nur einfach einen Regenguss aushalten. Und fahre ich aber, sagen wir mal, nach Albanien, Griechenland oder in die Wüste Marokkos, dann kann die sehr viel leichter ausgestattet sein, dann kann ich auch viel draußen wohnen, dann kann die kleiner sein. Dazu muss ich mir erst mal Gedanken machen, was mache ich denn mit meiner Wohnkabine? Jetzt gibt es so einen doofen Spruch in der Szene, das heißt, Wohnkabinen haben mit Frauen eins gemeinsam, die zweite ist immer die richtige. Halil, bitte weghören. Das heißt, die erste ist ja immer die, die man sich total verliebt. Die will man haben, die ist toll, die ist shiny, die ist neu, die bietet wohl alles, was ich brauche. Und im Jahr ein Jahr ausstelle ich fest, oh, da gibt es noch ein paar Defizite, das habe ich mir anders vorgestellt, die passt jetzt doch nicht so zu dem, wie ich es mir gedacht habe. Und dann weiß man aber mit dem Wissen dieser Vorgeschichte, was man dann doch gerne hätte, also was man viel besser braucht. Und im Falle von Wohnkabinen ist es so, dass es dann häufig zum Downsizing kommt. Leute beginnen mit einer relativ, also wenn sie das Budget dafür haben, mit einer relativ großen, gut ausgestatteten Wohnkabine, fahren damit weg, nur um dann nach ein paar Jahren festzustellen, Moment, wir machen jedes Mal die Vorräte nicht leer, wir haben jedes Mal noch Bekleidung nicht benutzt, wir haben jedes Mal Ausrüstung nicht benutzt, warum haben wir so eine große Wohnkabine? Und es gab auch nur zweimal Regen, das hätte man auch in einer kleineren Wohnkabine aussitzen können. Und dann kommt man über diese ganzen Überlegungen zur wahrscheinlich passenderen Wohnkabine. Grundsätzlich aber schlage ich vor, dass man, wenn man noch gar nichts hat, also wenn man noch kein Basisfahrzeug hat, sich zunächst mal Gedanken macht, was in der Anwendungsfall, wo will ich hin? Und welche Wohnkabine, mit wie viel Komfort, wie viel Größe will ich mir denn überhaupt antun? Und im zweiten Gang suche ich mir dazu das passende Auto. Also im Grunde ist es ja ähnlich, wie das, was wir immer unseren Camping-Einsteigern raten, die Anwendungsfälle einmal durchzuexerzieren, auch zu gucken, wenn Kinder mitfahren, wie lange fahren die denn realistisch noch mit zum Beispiel? Also wie viele Personen werden da über die nächsten Jahre realistisch mit unterwegs sein? Welche Art des Campens möchte ich machen? Also stehe ich vielleicht doch dann eher auch auf Stellplätzen oder vielleicht auch mal auf Campingplätzen oder will ich nur freistehen, was dann ja auch wieder mit dem Autarkie-Thema zu tun hat? Und dann, wie du gesagt hattest, auch die Klimazonen. Jetzt sagen wir ja immer den Menschen, die noch keine Campingfahrzeuge haben, mietet doch mal, um zu gucken, welche Grundrisse auch zu euch passen. Gibt es denn Wohnkabinen, die man mieten kann? Und falls ja, darfst du auch gerne Anbieter nennen. Ja, also direkt ad hoc fällt mir ein, wer aus dem Süden kommt, der sollte es mal bei Boom4U versuchen. Das ist in Siegmaringendorf. Also jeder, der so aus der Gegend zwischen dem Bodensee und Stuttgart kommt, etwa aus, wo ich vielleicht, da ist Siegmaringendorf nicht so schrecklich weit weg oder außer Pfalz. Da kann man sich mal umgucken. Das ist ja Oliver Kitschier. Ein sehr umfangreiches Angebot hält er da vor. Der Oliver ist jemand, der handelt selber mit Wohnkabinen, auch aller Couleur, und hat aber witzigerweise zur Vermietung noch mehr Modelle dort stehen. Auch aus einem besonderen Grund. Ich weiß genau, welche zwei, drei Modelle er gerne handelt, weil er auf die schwört. Aber er möchte halt anhand einer sehr viel größeren Auswahl auf seinem Platz auch demonstrieren können, warum er diese drei gut findet. Und dazu hat er sich tatsächlich angetan, mehrere Wohnkabinen, die er nicht so gut findet, auf den Hof zu stellen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, die denen entweder auch auszureden oder zumindest mal die Unterschiede zu demonstrieren. Und bei Booming4U, also Oliver Kitschier, Siegmaringendorf, gibt es zum Beispiel Wohnkabinen, aber auch mit Auto zu mieten. Also genau, wer ein Fahrzeug hat, kann sich da eine Wohnkabine mieten. Wenn noch kein Fahrzeug hat, kann sich da auch ein komplettes Gespann mieten. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, nämlich. Ja, ähnlich ist es bei Dux Camper in Barkstädt. Den habe ich auch schon in der letzten Folge erwähnt. Martin Dux, so ein richtiger Norddeutscher, wohnt auch noch auf dem Bauernhof und da hat auch seine Wohnkabinen stehen, in einem ganz kleinen Dorf bei Rendsburg. Der bietet genau dasselbe. Der hat eigene Wohnkabinen im Verkauf, aber auch im Verleih. Die Dux Camper, ganz viele verschiedene Modelle. Und in Zusammenarbeit mit der Firma Getthöfer, das ist ein Isuzu-Veredler, kann man da auch direkt mit dem Isuzu zusammen in der Regel eine Wohnkabine mieten. Hier in der Mitte wäre es dann das Wohnkabinencenter, der jetzt Heidrich in Gebelsberg, also bei Wuppertal. Der liegt sehr, sehr ortsgünstig für Köln, fürs Ruhrgebiet, für das Bergische Land und Sauerland. Auch da kann man sich was mieten. Der hat immer gebraucht, Fahrzeuge da, sowohl Pickups wie auch Wohnkabinen. Aber da kann man, das ist ungefähr Europas größte Ausstellung, aus bis zu 60 Wohnkabinen, sich auch eine aussuchen und sich vorberaten lassen. Da geht es meistens nur auf Termin. Es laufen da mehrere Berater und Verkäufer durch die Halle und übers Freigelände. Aber das ist, glaube ich, auch so etwa die größte Auswahl Europas. Also Wohnkabinencenter, GameStop, da lohnt es sich immer. Von anderen weiß ich es nicht genau. Da gibt es bestimmt noch mehrere, aber das sind die drei, die mir einfallen. Duxcamper, Boom4U und das Wohnkabinencenter. Und das kann ich auch nur empfehlen. Die Preise sind ähnlich wie bei vernünftig ausgestatteten Wohnmobilen. Also ich denke, das liegt alles so um 120 Euro am Tag. Dann gibt es natürlich noch irgendwie eine Endreinigung und dann ist man good to go für eine Woche. Ausprobieren, ob man das mag, finde ich gut. Häufig ist es übrigens so, dass die Leute nachher sofort das Gespann kaufen, was sie da auch ausprobiert haben. Weil wer da hinkommt, hat er schon so eine gewisse Grundhaltung. Und der hat sich ja meistens schon von allem anderen irgendwie abgenabelt und sagt, naja komm, Cappingwagen hatten wir schon, Wohnanleger hatten wir schon, Bus hatten wir schon, ich finde ich aber irgendwie auch nicht so cool. Und da kommen wir ja schon mit so einer Einstiegshöhe dahin. Und wenn man sich dann in seiner Idee bestätigt fühlt durch diese Probewoche, dann kommt es heute wieder auch zum Kauf. Ist denn das Thema Gebrauchtkauf, was ja auch jetzt hier der Fall wäre, den du geschildert hattest, für dich was, wo du sagen würdest, das kannst du empfehlen? Oder gibt es da irgendwelche Punkte, wo du sagst, da sollte man ein bisschen genauer hinschauen? Also ich gebe nur mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel beim Thema Wohnmobile Wohnwagen bei den klassischen Ausbauformen und Aufbauformen häufig das Problem Feuchtigkeit, Hagelschäden und solche Geschichten, wo wir immer den Leuten sagen, bitte da einmal ganz genau hingucken, dass da nichts ist. Gibt es an Kabinen auch solche Schwachstellen? Prinzipiell genau dasselbe. Plus natürlich noch Schäden in der Struktur. Da kann ich jetzt an dieser Stelle direkt mal darauf eingehen. Ich werde oft gefragt, warum sind denn Wohnkabinen so teuer? Also mit einem vergleichbaren kleinen Wohnwagen bin ich häufig mit 10.000, 15.000 Euro weniger dran. Das liegt aber auch an der besonderen Statik. Also so ein Wohnwagen, ich vergleiche es mal kurz, ist auf irgendeinem Rahmen aufgebaut, hat dann irgendeinen Rahmen für die Wände und hat von ihnen irgendwelche Möbel eingebaut und Betten. Je nach Ausstattungsqualität kommt dann ein Preis zustande, aber der Aufbau von der Struktur her ist immer super ähnlich. Ich kann auf so einem Rahmen eigentlich alles aufbauen, wenn ich ein starkes Fahrzeug habe, kann der auch mal im schlimmsten Fall 3.000 Kilo oder 3.500 Kilo bieten. Eine Wohnkabine aber, die aus einem Pick-up transportiert werden soll, der in der Regel so um dir eine Tonne transportieren darf, muss in erster Linie leicht und trotzdem stabil sein. Denn so eine Wohnkabine muss drei verschiedene Dinge leisten können. Das eine ist, du musst, wenn die auf dem Pick-up steht und sie dort verzurrt ist, an vier Ecken, musst du in der Wohnkabine auf dem Pick-up wohnen können und sie muss alle Fahrbewegungen mitmachen, obwohl sie ja nicht testverschraubt ist. Das zweite ist, in dem Moment, wo ich sie abstelle, muss sie so stabil sein, dass dieser Boden, der dann nicht auf dem Boden aufsteht, mit drei oder vier Leuten belastet werden kann, ohne dass ich durchbreche und plötzlich auf dem Boden der Tatsache stehe. Und die Stützenaufnahme, dieser vier Stützen, auf der sie dann ruht, muss entsprechend stabil sein. Und das alles bei einem möglichst leichten Gewicht von maximal vielleicht 700 Kilo. Wenn ich eine normale Wohnkabine kaufe, muss ich die sogar lieber eine haben mit nur 500, 550 Kilo. Und da muss die das alles leisten. Also geländestabil muss sie sein, die Bodenstatik muss stimmen und ich muss auch noch isoliert sein, ich muss auch noch Möbel drin haben, ich muss auch noch Komfort drin haben und einbauen. Und jetzt kommen wir noch mal zu der Häufigkeit der Wohnkabinenverkäufe, wenn natürlich so ein Westfalia oder so ein Ümer oder wie sie alle heißen, Türscharniere einkaufen, kaufen wir von 200.000 Stück. Wenn so ein Wohnkabinenhersteller, der im Monat im besten Fall fünf Kabinen baut, Scharniere kauft, dann kauft der davon für das ganze Jahr 200. Und das so. Also die Fertigung kennen wir ja, je mehr du davon kaufst, desto billiger wird es. Und da sind wir bei Wohnkabinen halt bei ganz anderen Konstruktionen, bei ganz anderen Mengen. Und deshalb sind Wohnkabinen auch im Vergleich teurer als Wohnwagen. Kommen wir zurück zu der Frage mit den Schäden. Die Schäden sind ganz ähnlich, plus halt Strukturschäden, die man nicht sofort erkennt. Die kann mal mit dem Alkohol irgendwo gegengesetzt worden sein, wurde repariert, aber bei einem Wohnwagen wäre das vielleicht nur ein Schaden am Alkohol und den kannst du dann irgendwie wieder zukleben mit GFK oder so oder mit Webematte und dann wieder drüber lackieren. Bei einer Wohnkabine kann das aber schon ein entscheidender Schaden an der gesamten Struktur sein und kann dann einfach dafür sorgen, dass die an der Stelle nicht mehr so stabil ist. Das kann dann Nachfolgestellen mit sich bringen. Insofern Gebrauchkauf kann ich immer nur empfehlen. Entweder nimmst du jemanden mit, der sich grundsätzlich mit Wohnwagen oder auch mit Wohnkabinen auskennt oder mein Vorschlag, kauft besser Gebrauch tatsächlich vom Händler. Das sage ich jetzt nicht, weil Händler uns unterstützen, sondern die können damit umgehen. Also die wissen, wo sie hingucken müssen bei Wasserschäden. Die erkennen, dass zum Beispiel in so einer Außenhaut, wenn eine Alu-Außenhaut ist, die kann doch so toll sein, dass da eigentlich ein Aufkleber drauf. Dahinter ist vielleicht ein ganz kleines Loch und ein kleines Loch, also ganz, ganz winziges Loch, so Stecknadel-Kopf-Groß, da in der Außenhaut, in der Alu-Aute ist, dann ist da schon Wasser in der Wand. Das weiß man. Aber als Gebrauchkäufer weiß man das nicht. Wir hatten schon mehrere Artikel auch bei uns im Heft dazu, ein Pickup-Camper-Magazin. Geht ja alle kostenlos online und unter www.pickup-camper-g.de. Da kann man das gerne nochmal nachlesen. Auch da machen wir natürlich nutzerfreundliche Artikel, damit die Leute wissen, worauf es sich da einlassen überhaupt mit Gebrauchkabinen. Aber in der Regel, wenn es nicht ein guter Bekannter ist, von dem man weiß, der betubt einen nicht, dann würde ich eher vorschlagen, kauf eine gebrauchte Kabine mit ein paar Serviceleistungen hinten dran bei einem Händler, weil der weiß, was er verkauft. Und gibt ja dann in der Regel auch noch eine gewisse Gewährleistung. In jedem Fall, ja, genau. Und Serviceleistungen und so. Also da ist man, glaube ich, auf der sichereren Seite, zumal sie alle nicht billig sind. Und Wohnkabinen gibt es auch nicht billig. Also wenn da eine Wohnkabine im Netz steht, die, weiß ich nicht, vier Jahre alt ist und 10.000 Euro kosten soll, nee, nee, nee. Da kann das nicht stehen. Okay. Ja, ähnlich wie im Wohnmobil- und Wohnwagenbereich. Jetzt haben wir ja auch viele Menschen in unserer Community, die sich für das Thema Selbstausbau interessieren. Was bei einem Campingbus, Van und so weiter, glaube ich, noch ganz gut handelbar ist. Aber nach dem, was du jetzt erzählt hast mit der ganzen Statik, wahrscheinlich dann bei einer Wohnkabine schon recht profunde Kenntnisse voraussetzen würde, oder? Also wir haben immer wieder, also bei der Nebenheft haben wir ein, zwei Eigenbauer-Geschichten. Und da gucken natürlich auch potenzielle Eigenbauer mit. Da ist der Punkt eigentlich, dass du in der Regel als Selbstbauer existierende Wohnkabinen nachbaust. So, also du guckst dir an, was gibt es auf dem Markt, wie bauen die die und dann kopiere ich die einfach. Es gibt allerdings auch Bausätze und davon gibt es zum Beispiel gerade bei Nomad Campus, wie heißt es so, bei nomadcampus.de gibt es Bausätze, die schneiden dir deine Wohnkabine nach drei, vier Standardgrundrissen, wie du es brauchst, machen dir dann im Zweifel noch deine Fenster- und Türausschnitte rein und dann liefert dir der Juniorchef diesen Bausatz an, geht mit dir über Stunden die genaue Montage durch und dann hast du schon mal die Wände und alles fertig für das ganze Häuschen. Das sage ich jetzt mal. Boden, Wände, Dach ist dann alles fertig angeliefert, das setzt du dir dann selber zusammen und der Innenausbau bleibt dir dann aber selbst überlassen. Nomad Campus macht nach, macht ausdrücklich nach, weiß nicht, keinen Innenausbau. Dazu bräuchte es dann schon ein bisschen, so da kommt ja wieder viel zusammen wie bei euch auch. Du müsstest dich in Elektrik auskennen, du musst dich mit so ein bisschen Gas, Wasser, Installation auskennen, Möbelbau musst du dich mit auskennen, wir arbeiten da häufig oder also die Eigenbauer arbeiten da häufig mit Material aus dem Plattenladen EU, das ist das Sven Bauhaus zusammen, die haben ganz besonders leichte, hochfeste Hölster, die Greenplea-Hölster beispielsweise und da kann ich da so empfehlen, sich auch in dem Punkt als Eigenausbauer sich genau so zu informieren, was ich da brauche, denn noch wichtiger als bei euren Selbstausbaubussen ist ja bei der Wohnkabine das Gewicht, das Gewicht, das Gewicht. Alles riecht extra und wenn du hier, weiß ich nicht, 500 Gramm und da 500 Gramm, dann hast du schnell 50 Kilo zusammen und das kann das entscheidende 50 Kilo, also das kann der entscheidende Sender sein, wo du plötzlich auflasten musst, was wieder Fahrwerksumbaut nach sich zieht, was du sonst nicht gebraucht hättest, wenn du unter dem Limit geblieben wärst. Das ist tatsächlich auch bei den Bussen und bei den Vans gar nicht so ein seltenes Thema, es achten nur nicht viele drauf und schreiben nicht viele darüber, aber das ist da auch nicht viel anders, auch wenn man da zwar mit insgesamt den dreieinhalb Tonnen vielleicht ein bisschen mehr vermeintlich auf dem Papier hat, liegt ja das Basisfahrzeug auch häufig schon mehr und dann machst du da so deine schicken Holzpaneele rein und wunderst dich dann, wo das ganze Gewicht herkommt. Also ich glaube, das ist da gar nicht so viel anders. Und bei Wohnwagen und Wohnmobilen sowieso, wenn wir da mal auf die Zuladung gucken. Ja. Aber dann, da haben wir jetzt schon ein ganz wichtiges Thema, was so ein bisschen den Boden, den Boden, den Bogen schlägt zum Basisfahrzeug. Denn Gewicht haben wir in der letzten Folge auch schon gehört, dass zwar die meisten Pickups eine gute Zuladung haben, das heißt, dass da eine Wohnkabine generell geeignet sein dürfte, aber auch da muss ich natürlich gucken, dass ich nicht über die zulässige Gesamtmasse des Pickups drüberkomme. Und da wäre jetzt auch noch meine Frage, was sind denn so gängige Gewichtsklassen bei bestimmten Pickup-Modellen? Also nur mal, dass du mal ein paar Beispiele nennst, welche vielleicht so im unteren Bereich rangieren und welche dann höher beladen werden dürfen? Also in der Regel sind alle gewerblichen Pickups von Haus aus leichter. Das sind also die vermeintlich schlechter ausgestatteten. Bei Ford sind so die XLTs und was da drunter ist. Dann, der Amarok ist leider komplett drüber. Also der ist jetzt so als Basisfahrzeug fast gar nicht zu bekommen. Beim Hilux ist es so, da gibt es nach wie vor Modelle um 150 PS. Klingt jetzt erstmal vielleicht zu wenig, aber dafür ist das Auto auch leicht. Und da liegen dann die Gewichte der Basisfahrzeuge in der Regel so um 2000, 2100 Kilo. Und die dürfen dann um die 1000 Kilo zuladen, dass ich also so auf 3, 1, 3, 2 komme. Wenn ich jetzt ein guter ausgestatteten Pickup habe, wie zum Beispiel ein Ranger Wildtrak oder Toyota Hilux Invincible oder Executive oder auch den Isuzu V-Cross, dann habe ich natürlich viel Ausstattung und viel Ausstattung bedeutet auch ein bisschen extra Gewicht. Da bin ich eher so bei 2,3 Tonnen, 2350 Kilo. Dann bin ich auch mit einer Tonne bei kurz unter 3,5 Tonnen. Und da muss ich mich halt entscheiden, möchte ich diese 3,5 Tonnen einhalten aus Versicherungsgründen, aus LKW-Zulassungsgründen und so weiter. Oder gehe ich da drüber, also auch vorsätzlich, dann kann ich mein Pickup auflassen. In der Regel gibt es dann Fahrwerke zum Beispiel von Ironman, es gibt von anderen Herstellern, ARB und so weiter gibt es Fahrwerke, die in der Regel immer so bis zu 350 extra Kilo ermöglichen. Das heißt, ich hätte dann so eine Zuladung von etwa 1,3, 1,4 Tonnen auf einem Hilux beispielsweise. Wenn der dann von Haus aus 2200 Kilo riecht und ich kann 1,3, 1,4 Tonnen zuladen, dann bin ich so bei also unter 4 Tonnen knapp, aber ich bin auf jeden Fall über 3,5. Dann ist es auch schon fast wieder egal, weil dann muss ich ein bisschen aufpassen, dass der Rahmen das dann noch mitmacht. Denn die Auflastung bezieht sich immer auf das Fahrwerk, die Aufhängung. Natürlich beinhaltet das erstmal stärkere Federn, eine andere Aufhängung. Häufig oder in der Regel dann Reifen mit C-Klassifizierung, also Cargo, da gibt es auch für Pickups Reifen mit hoher Lastklasse und natürlich auch Schwerlastfelgen. Mitunter mache ich noch andere Bremsen drauf. Ich muss die Gesamtmasse ja auch irgendwann mal abbremsen. Aber die eigentliche Begrenzung ist immer der Rahmen an sich, weil auch der kann verstärkt werden, logischerweise, Firmen oder andere machen das. Aber man muss jetzt so sehen, der Pickup ist eigentlich dafür gedacht, um ein Gewicht, um eine gewisse Ladung, eine Palette mit irgendwas, Baustoffe, gerade Landschaftsbau, Pflastersteine von A nach B zu transportieren, da wird der beladen, fährt irgendwo hin und will sie da entladen, das Nutzfahrzeug. Und wenn ich jetzt über Wochen und Monate ein Gewicht von, keine Ahnung, 800 Kilo da drauf habe, dann ist das eine andere Belastung, als wenn der mal im Streudienst unterwegs ist. Selbst wenn er das täglich ist, das ist der immer nur für ein paar Stunden. Also das muss ich vorher wissen und das ist eigentlich die natürliche Begrenzung dabei. Allerdings wichtig für eure Zuhörer, viele wissen es nicht, die Pickups in Deutschland, also Ranger, Hilux und so weiter, die Klasse, aber auch die Amerikaner werden alle besteuert nach der Steuerklasse EU-Nutzfahrzeug N1. Und dieser N1 hat zur Folge, dass alle Pickups in Deutschland, egal welchen Hutraum und welchen Motor drin ist, in der Regel um die 180 Euro Steuern nur im Jahr. Das ist das Interessante auch an einem Pickup-Camper. Du kannst dir sogar einen 5,7 Liter Ram Hemi dahin stellen und dann hast du nachher, weiß ich nicht, 190, vielleicht 210 Euro Steuern im Jahr 5,7 Liter U-Bahn. Das ist übrigens auch ein absolutes Plus gegenüber vielen anderen Fahrzeugformen. Muss ich gleich mal mit meiner Frau sprechen, wenn wir hier fertig sind. Ich habe auch schon ein bisschen lange Ohren bekommen. Und in der Versicherung kannst du die, weil diese N1 wird von den meisten Versicherern eben auch als leichter LKW versichert. Das ist analog und fast identisch mit PKW-Klassen. Und dann bist du natürlich finanziell fein raus, packst hier eine Wohnkabine drauf, die du nicht extra versichern und extra zulassen musst und bist finanziell schon mal fein gestrickt. Müssen wir also jetzt nur noch Dach-Style-Dachdecker-Betrieb aufmachen und dann haben wir ein perfektes Firmenfahrzeug und können dann für Camper-Style die Wohnkabine draufsetzen. Das könnte übrigens auch als Nicht-Gewerblicher, also jeder Pick-Up in Deutschland ist N1. Ja, aber wir wollen den ja natürlich als Geschäftsfahrzeug. Das heißt also, ein Pick-Up auch mit Kabine gilt zulassungsmäßig nicht als Wohnmobil. Nein, ja, also ich sag mal, der Klassiker ist, du packst hier deine Wohnkabine drauf und weil die ja nur mit Zurbändern fest ist, ist die halt nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden und dadurch gilt die Wohnkabine als Ladung. Schwierig wird das, denn es gibt einen Haken dabei, eben bei der Versicherung der Wohnkabine. Es gibt ein paar Anbieter, die versichern dir die Wohnkabine, wenn sie auf dem Auto ist, weil sie natürlich eine teure Ladung ist, wenn die 50.000 Euro kostet, also versichern die dir mit. Die versichern dir die auf der Reise mit, wenn du sie abstellst. Das heißt also, wenn ich jetzt in Uppertal wohne und ich fahre nach Lom in Norwegen und stelle die da ab auf den Campingplatz, fahre da zu irgendein Ladscher, gehe da irgendwie Ski laufen oder Mountainbiken und komme zurück in der Zeit, wo ich herumfahre und die im Urlaub nutze, ist sie mit dem Auto versichert, auch wenn ihr alleine was passiert, auch wenn mir einer mein MacBook da rausholt, der eigentlich woanders mit dem Pick-Up ist. Das ist leider nur in der Vorbereitung bei den meisten Versicherern, weil in der Vorbereitung einer Reise so, also etwa fünf Tage während der Reise selbst und wieder in der Nachbereitung, also fünf Tage oder so danach, habe ich sie dann bei einem Bauer auf dem Grundstück stehen, erlischt diese Versicherung, weil sie dann nicht mehr in dieser Transportversicherung Pick-Up-Camper drin ist. Da gibt es ganz viele lustige Auswüchse, manche versichern die dann als Gartenlaube, als Geräteschuppen oder als Sportboot, aber da kann ich jedem nur raten, muss er beim Kauf, bei der Kaufabsicht entweder mit seinem Verkäufer, mit seinem Händler sprechen, wie der das am besten vorschlägt, die haben da Ahnung von, kommt auch auf die Region an, machte früher die Agentur Schwarz, Andreas Schwarz, aber ich glaube, die machen das heute nicht mehr, der hatte eine sehr gute Absprache mit allen Versicherern Deutschlands und hat dann eine komplette Wohnkabinensversicherung abgeschlossen, egal in welchem Derivatzustand, abgesetzt, aufgesetzt unterwegs, Deutschland oder anderswo auf der Welt, aber ich glaube, der Andreas Schwarz macht das nicht mehr und insofern ist das da ein bisschen schwierig, also da muss man sich drum kümmern, ist aber jetzt kein Hindernis, dadurch, dass ja auf dem Auto sowieso Ladung ist und nicht versichert und weil die Steuern ja unbedingt überschaubar sind dafür und ich muss jetzt nicht extra mit dem Wohnmobil was anmelden oder einem Wohneihänger was anmelden und TÜV machen. Das wollte ich jetzt gerade fragen, demzufolge, wenn es ja Ladung ist, also das hast du ja, das ist ja genau das, nicht fest verbunden, sondern ist quasi nur verzurrt, dann brauche ich quasi auch kein extra TÜV, ich brauche theoretisch auch keine Gasprüfung um nichts, das kann natürlich dann wieder auf dem Campingplatz gefordert werden, auch wenn das in der Praxis äußerst selten passiert und dann ist immer auch nochmal eine andere Sache, was ist, wenn etwas passiert, aber im Grunde habe ich einen Pkw, da muss ich mich um TÜV und den Kram kümmern und der Rest ist wie, ob ich da hinten eine Palette Steine drauflege oder eine Wohnkabine, ist eigentlich völlig egal. So richtig. Ja, absolut. Also mit der Gasprüfung muss ich noch kurz reingrätschen, die solltest du doch machen, weil gerade in Skandinavien da fragt auch der eine oder andere Campingplatz nach der Gasprüfung und abgesehen davon ist ja auch ein Sicherheitsaspekt, also zum Beispiel Wohnkabinencenter in Gebelsberg, der kippt die gar nicht ohne Gasprüfung raus und weist auch darauf hin, dass die alle zwei Jahre wieder kommen und eine Gasprüfung machen. Das dem Unbe, also dass das eine sicherheitsrelevante und sinnvolle Geschichte ist, ohne Frage, aber es geht auch immer ein bisschen um die rechtlichen, also das ist ja generell ein schwieriges Thema gerade im Campingbereich, aber das fassen wir heute nicht auf. Nein, bitte nicht. Das haben wir in einer anderen Folge schon mal ein bisschen beleuchtet. Also definitiv ist jetzt, also sagen wir mal, der Pickup ist ein Pickup und ein leichtes Nutzfahrzeug und die Wohnkabine ist autark und gilt unterwegs als Ladung und abgesetzt als, naja, wie man sie halt versichert kriegt. Okay, wichtiger Hinweis. Ich möchte noch mal gerne ein bisschen von dem Thema Gewicht, was wir vorhin hatten, als eines der Auswahlkriterien für das passende Pickup-Fahrzeug weggehen, denn es gibt ja auch noch andere Faktoren, die unter Umständen eine Rolle spielen können. Ich spreche nur mal an, zum Beispiel, was mir einfällt, Bauweise, Höhe, die ja unter anderem auch die Fahrdynamik von so einem Pickup beeinträchtigen oder beeinflussen können. Wenn ich jetzt erstmal keine Ahnung habe, was möchte ich für eine Wohnkabine haben, wie würdest du empfehlen, an dieses Thema ranzugehen, um dann eben sich nicht irgendein Ei ins Nest zu legen? Also ihr lest am besten das Pickup-Krepper-Magazin. Auf jeden Fall. Wir verlinken es auch noch mal in den Shownotes. Also ohne Witz, ich glaube, wir haben keine in Deutschland erhältliche Wohnkabine noch nicht gebracht. Also ich glaube, da ist wirklich alles drin und noch mal, wir sind ja dauerhaft kostenlos online und bei Calameo zu lesen. Also wer da nichts für sich findet, der sollte sich überlegen, ob er dann nicht doch einen Wohnwagen kauft. Das ist das eine. Das soll aber keine Eigenwerbung sein, sondern das ist echt ein praktischer Hinweis. Wer keine Ahnung hat, sollte bei ZEF gucken. Zweitens, ich würde immer den Interessenten vorschlagen, dass die in eine größere Ausstellung fahren. Auch da wieder, ganz weit vorne hatte ich schon mal erwähnt, das Wohnkabinencenter in Gebelsberg oder der Martin Dux oder eben Wubu4U, weil die haben eine ganze Reihe von verschiedenen Bauformen, von verschiedenen Anbietern, von verschiedenen Modellen und selbst von Marken verschiedene Bauformen und Ausbaustufen. Und der Jens Heidrich in Ebelsberg, da hat es zwischen 40 und 60 Wohnkabinen da stehen, der Oliver geht hier unten in Siegbaringen Dorf, der hat immer so neun bis elf Wohnkabinen, unterschiedliche Hersteller da stehen und beim Dux Camper gibt es zwar in erster Linie Dux und Capra Camper, aber die Dux-Kabinen, noch gestern haben wir telefoniert ja noch nicht, weil ich sagte, das war nämlich unser Thema, du hast so viele verschiedene Bauformen, einerseits kann es ja egal sein, welche du von deinen Kabinen verkaufst, andererseits wäre es nicht einfach in der Produktion für dich drei oder vier Standards aufzulegen und dann verkaufst du die halt. Und dann sagt er, hey, sagt er, mein herrer Anspruch ist, ich möchte jedem Kunden seine Wohnkabine verkaufen können, also dazu bräuchte eine große Auswahl. Also wer aus Deutschland kommt, der will ich da oben lohnt, das ist, wie gesagt, die Markstedt bei Dux Camper. Ansonsten jede Messe und zwar nicht, ganz wichtig, auch da haben wir schon mal in der letzten Folge darüber gesprochen, möglichst nicht auf dem Kamerwarnsalon oder so, wenn man eine Wohnkabine braucht, sondern da geht man auf die Adventure Southside, Adventure Northside, die Abenteuer und Allrad in Bad Kissingen, genau. Und da stehen nämlich fast alle, da stehen auch die deutschen Anbieter, die ich durchweg bevorzuge, weil da ist auch, wie gesagt, German Engineering drin. Und da gibt es eben auch die Geländegängigen, die Offroad, die Abenteuer aufbauten. Und da wollte ich jetzt gerade mal drauf kommen, wir sprechen die ganze Zeit eigentlich immer Wohnkabine so als Komfort, also Hardwall mit Platz bis zu vier Leuten, Bad und allem drum und dran, aber das macht nur ungefähr so 60% des Marktes aus, die anderen 40% fahren ungefähr mit, also fahren mit deutlich kleineren Kabinen herum. Eine, die ich sehr selber, also das ist jetzt nicht Empfehlung des Redakteurs, aber das ist einfach so meine Gusto inzwischen, ich bin von mehreren Hardwalls ein bisschen down, das heißt, also ich finde zum Beispiel die amerikanische Kabine Formula Campers sehr gut, das ist eine Kabine, die hat ein Pop-Up-Dach, wenn ich die aufklappe, was sehr einfach ist, habe ich komplett Stehhöhe, also zwei Meter unten ein bisschen hoch, und zwar an allen vier Ecken, ich habe richtig Platz im Alkofen, das ist eine dicke Lkw-Plane, da kann ich noch ein Temperaturvlies einsetzen, dann habe ich es auch isoliert für den Winter, die hat eine Dieselheizung, die hat einen Gasofen, die hat einen Gaskocher, die hat alles, einfach zuklappt, ein sehr flaches Profil, die sagen sogar von sich selbst, the lowest profile in the industry, das stimmt nicht mehr ganz, es gibt jetzt ein paar andere Anbieter, aber die ist halt in Deutschland auch so bekommen, dann gibt es Alu-Camp, wenn ich so im Canopy-Bereich gehe, dann gibt es zum Beispiel natürlich Kapra-Camper, habe ich auch schon mal erwähnt, die türkische Kabine, die jetzt gerade auf den Markt kommt, wenn ich also Offroad fahren will, dann gibt es durchaus andere Gelegenheiten und ich habe immer wieder im Heft einige Anbieter, die dann so West-Alpen-Touren fahren, die Bulgarien-Touren fahren, die über zum Beispiel Neujahr, Silvester jetzt in Marokko waren und da sind es natürlich andere, dann gibt es zum Beispiel aus dem Sauerland deutscher Hersteller Benno Kramer mit dem Fernseemobil, das ist eine Kabine, die kann ich zuklappen, also Klappdach vorne angelenkt, kann darin wohnen, auch wenn sie zugeklappt ist, ich komme an alles dran und kann aufrecht darin sitzen, wenn sie zugeklappt ist, wenn ich aber das Klappdach hoch mache, habe ich in 2,20 Meter Stehhöhe und natürlich auch genügend Platz über Wahlkurven, wenn das nicht zugeklappt ist und ich muss mal einen tollen Sturm, einen Sandsturm oder einen Blizzard oder einen ganz schlimmen Regen- oder Hagelschlag aussitzen, dann klappe ich das Dach zu und schaffe einfach auf dem unteren Bett, dass ich aus dem Sitzbank mache. Da sind die Ansprüche halt unterschiedlich. Du schaffst es alle Fragen, bevor ich sie stelle, schon zu beantworten. Ja, bei mir auch. Entschuldigung. Aber eine, also ich wollte jetzt nämlich gerade das auch fragen, wenn du kein Hardwall hast, sondern quasi ein Klappding sie, dann ist das ja meistens irgendwie aus Stoff und dann habe ich mich halt gefragt, was ist, wenn es jetzt doch kälter ist, aber du eine Heizung hast, ob das ausreicht, das hast du schon beantwortet. Jetzt hast du aber auch schon beim letzten Mal mehrfach das Thema Canapé Canapé angesprochen, das wolltest du auch erklären und da wäre jetzt die Frage, was ist das? Was ist das? Also eine Wohnkabine sind wir zwar einig, jetzt mal von der grundsätzlichen Form her, ist eine in sich geschlossene Kabinekiste, die ich hinten drauf stelle und wieder abnehme und da ist alles drin. Egal, ob ich es drauf habe oder unternehme, ist alles drin, stelle ich ab, fertig. Ein Canapé funktioniert ein bisschen anders. Man stelle sich vor einen Hardtop, das ist also auf der Kante, der Ladekante montiert, nicht auf der Ladefläche, sondern auf der Ladekante. Das kennt man eigentlich so, wenn Leute, besonders wenn die Hunde transportieren oder sowas, dann haben die hinten, um die Ladefläche geschlossen zu haben, so einen Hardtop da drauf, meistens mit zwei Fenstern links und rechts drin und einer Heckklappe, da haben die häufig dann Hunde oder Ladung oder Werkzeug drin und die ausgebaute Version davon nennt man Canapé, dann ist dieses Hardtop höher als das Fahrerhaus. Man kann das innen ausbauen, also man kann Bänke entweder aus Formteilen oder Selbstgebaute da einziehen. Das ganze Canapé hat aber, dieses Hardtop, das man Canapé nennt, hat dann aber keinen eigenen Boden, sondern sitzt halt nur auf der Ladekante der Ladefläche und man hat eine irgendwie geartete Dachzeltlösung. Also entweder hat man ein separates Dachzelt, das dann da über die gesamte Fläche drauf ist, dann muss ich von außen da reinsteigen, zum Beispiel durch die Heckfensteröffnung dieses Dachzeltes oder aber, das ist mit dem Innenraum verbunden, das kennt man zum Teil von Landrovern oder Landcruisern, Geländewagen, dass man hinten durch die Heckklappe des Fahrzeugs einsteigt, aber dann durch das fehlende Dach des Fahrzeugs in das Dachzelt gelangt. Das ist dann wie ein Klappdach beim VW-Bus, nur, dass man direkt aus dem Inneren dieses Hardtops sich aufrichten kann und da oben reinkommt und das geht so weit, dass man insgesamt eine Stehhöhe unter diesem Klappdach hat, dass also dieses Canopy gar nicht oben ein Dach hat, sondern direkt ein Klappdach hat und dass ich da Stehhöhe drin habe. Mit dem Unterschied nach und vor, dass ich eben keinen Boden habe, sondern nur dieses Hardtop. Das ist so ungefähr die leichteste und offroad-gängigste Lösung. dem ich jetzt wusste, dass es kein Canopy ist, mal wieder heimlich nachgeguckt und was sehr spannend ist, die Amerikaner haben dann gleich wieder das Ding zum hinten vorne oben unten ausklappen und was ich auch gerade gesehen habe, es gibt quasi auch Leute, die einfach dann hinten nochmal was aufklappen und einfach ein Zelt auf die Pickup-Ladefläche packen. Aber jetzt verstehe ich, was so quasi ein Canopy ist. Da gibt es doch so Dinge für echte Expeditionen, also wenn du so hart Offroad fahren möchtest und jeden Abend woanders bist, weil du keine Ahnung in die Mongolei möchtest, der Seitenstraße folgen, der Panamericana oder was auch immer, das ist ja in Norwegen, dann gibt es gerade in Deutschland zwei tolle Anbieter, das eine ist 5010, das ist der Stefan aus Saarbrücken und das andere ist Quatsch aus Wiesbaden und das andere ist der P-Pack, der kommt aus der Nähe von München und das, die bauen auch solche Canopies, aber mit ganz, ganz, also jeder, der früher mit Gym oder Playmobil oder Fischer Price gespielt hat, der ist damit total begeistert, also da gibt es 100 Klappen dran, Öffnungen, Staukästen, Auszüge, Schubladen, Kühlschränke, also wer so Systembauweise mag und dann auch noch absolut offensichtlich, wettertauglich, total ausgedacht, wie der German Engineer, die bauen da echt ein bisschen anders als die anderen, da muss ich sagen, also sowohl bei 5010 wie auch bei Payback ist man da mehr als richtig, das sind Aufbauten, die sind so ein bisschen für die Ewigkeit gebracht, funktionieren ausgesprochen gut und beide Chefs, der Peter und der Stefan, sind unglaublich zugänglich, unglaublich serviceorientiert und sind auch für ihre Kunden erfreuender als jetzt irgendwie nur Verkäufer. Habe ich mir auch hier heimlich ein bisschen angeguckt, das sieht schon sehr spannend aus, was die da alles basteln. Der Sebastian ist immer multitaskingfähig, ich muss mich hier aufs Gespräch konzentrieren, sonst bin ich zu abgelenkt. Ja, also grundsätzlich, ich sage jetzt mal von in Gewicht gesprochen, so ein Canopy wiegt vielleicht so 270 Kilo, da geht das ungefähr los, je nach Ausbau, natürlich hast du noch Ausrüstung drin, kannst du auch Heizung reinbauen, da bist du schwerber, bis zur schwersten Wohnkabine, das ist momentan so die 750 Kilo Klasse, kriegst du eigentlich alles und fast alles kann halt von den üblichen Pickups getragen werden und sobald du natürlich anfängst an die Grenze zu gehen, dann ist die Auflastung angesagt, die erstens aufwendig ist und zweitens natürlich noch mal was kostet, so ein Fahrwerk kostet, aber ich denke mal so die normale, wenn wir jetzt nicht von amerikanischen Pickups sprechen, die normale Belastungsgrenze von so einem normalen Pickup nicht so bei 4 Tonnen, 4,1 Tonnen, dann ist das Thema durch, schwerer sollte der auch mit Auflastung nicht kriegen. Ja, ich habe auch da vorhin, als du auch über die Gewichte gesprochen hast, wieder sehr viele Parallelen letzten Endes auch zu den Wohnmobilen gesehen, wir haben ja auch als erstes Wohnmobil einen Alkoven auf Ducato Basis gehabt und da ist ja auch das Thema, die sind, gerade wenn sie wenig Zuladung haben, ja super schwer, sind die ganze Zeit belastet. Ich meine, der Ducato ist zwar auf lange Strecken und auch Gewicht ausgelastet, aber genauso wie du es sagst, fährt der halt mal voll und dann auch wieder leer und man hat dem Fahrzeug auch deutlich angesehen, dass es halt wirklich über der Grenze war, die Reifen waren schlecht, relativ einseitig abgefahren, die Federn waren durchgebogen, also das ist definitiv dann bei vielen Fahrzeugen ein Thema. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, ich würde aber gerne, bevor wir unsere letzten Fragen stellen, nochmal aufs heutige Gewinnspiel kommen. Wer bei der letzten Episode dabei war, der wird sich vielleicht erinnern, also wir verlosen vom Andreas drei Probeabos seines Pickup Camper Magazins, das bedeutet, ihr bekommt vier Ausgaben nach Hause geschickt. Wir würden es der Fairness halber so machen, dass die Leute, die beim letzten Mal gewonnen haben, falls die jetzt nochmal mitmachen, wir sie nicht mehr in den Lostopf lassen, weil ich glaube, es bringt niemandem was, wenn er zwei Abos hat und ich glaube, es haben mehr Leute Freude dran, wenn mehr Leute Abos bekommen, aber das heißt nicht, wenn ihr nicht gewonnen habt, dann könnt ihr natürlich nochmal mitmachen. Wir schmeißen wirklich nur die drei im Zweifel raus, die beim letzten Mal gewonnen haben. Nede, wollen wir wieder das Gleiche machen wie beim letzten Mal? Würde ich sagen, ist dann auch fair. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Das Kurzzeitgedächtnis bei uns älteren Leuten funktioniert schon nicht mehr so gut. Wir hatten gesagt, dass ihr uns schreiben sollt bitte, was euch am Thema Pick-up-Camping fasziniert, ob ihr vielleicht schon mit einem Pick-up-Camper mit Wohnkabine unterwegs seid oder ob ihr konkrete Kaufabsichten habt oder einfach mal nur so ein bisschen ins Thema reinschnuppern wolltet, warum euch das Thema interessiert und schreibt bitte in den Betreff Gewinnspiel-Pick-up, damit wir es vernünftig zuordnen können und damit keine E-Mail irgendwie liegen bleibt und dann vielleicht die Auslosungsfrist verpasst wird. Und schickt es an podcast at camperstyle.de als E-Mail und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, um zu gewinnen und ihr dürft nicht bei Camperstyle arbeiten oder Angehörige sein. Ja, wir wünschen euch dabei ganz viel Erfolg. Bevor wir gleich zu den Tipps der Woche von uns kommen. Einsendeschluss in zwei Wochen, müssen wir noch sagen. genau, wir starten ja, also die Episode hier ist am 9.3. erschienen und ihr habt quasi bis zum 22.3. um Mitternacht Zeit uns die E-Mails zu schicken. Alle E-Mails, die rechtzeitig reinkommen, landen im Lostopf und danach werden wir die drei Gewinne auslosen, wie beim letzten Mal auch. Ihr braucht uns auch noch keine Adresse mitschicken, schickt uns einfach, dass es Nele gerade so schön nochmal erzählt hat, per E-Mail und dann benachrichtigen wir euch, wenn ihr gewonnen habt und dann könnt ihr uns eure Adresse schicken. So, also, wie gesagt, bevor wir gleich zu den Tipps der Woche kommen, habe ich noch zwei Fragen, da gucken wir mal, was Nele noch an Fragen hat. Also, meine erste Frage wäre, gibt es in Deutschland irgendeinen Pickup, der gar nicht dafür geeignet ist, mit einer Wohnkabine ausgestattet zu werden? Oh je, wenn ich jetzt natürlich wieder Marken sage, dann schlagen und verfolgen mich wieder alle, die so einen Pickup fahren. Also, es sind alle mehr oder weniger gut dazu geeignet. Allerdings muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, ich habe auch schon wirklich alle Pickups gefahren. In meinen Augen eignet sich am wenigsten dazu der letzte L200 Mitsubishi und wir haben ganz alten fahren. Der war noch sehr gut dafür, aber aufgrund der Form des Fahrerhauses und der Form der Ladefläche geht auch vor der Achse so viel Raum verloren, das ist einfach nur eine Seinsache, dass du eine Wohnkabine kaum noch, und das ist eine wichtige Geschichte, dass du eine Wohnkabine kaum noch so drauf kriegst, dass ihr Schwerpunkt vor oder auf der Achse liegt. Das heißt, du hast sehr viel Überhang, das entlastet die Vorderachse und eine ernsthafte Wohnkabine, was klein ist, geht natürlich, aber eine ernsthafte Wohnkabine in der Hardwall würde ich jetzt zwingend auf einen L200 nicht montieren wollen, aber das ist jetzt auch kein Zufall, das ist jetzt nicht eigener Geschmack, sondern das ist wirklich dem Design dieses Fahrzeugs geschuldet. Alle anderen mehr oder weniger eignen sich, klar, es gibt jetzt Abstriche in der Motorleistung, zum Beispiel der Isuzu D-Max ist ein sehr schönes, sehr haltbares, auch vom Styling her, sehr hübsches Auto, sehr hübscher Pickup, aber den gibt es halt nur bis 150 PS und nur mit 350 Nmd-Moment, wenn ich den vergleiche, und das muss ich halt, ist ungefähr dieselbe Klasse, mit einem 2,8 Liter Turbo Diesel Hilux mit 204 PS und ich fahre den mit derselben Wohnkabine, und das habe ich immer gemacht, das ist so meine Laborstrecke, sage ich mal, und ich fahre dann dieses Auto mit derselben schweren Wohnkabine von 600 Kilo die A1 bei Werbelskirchen den Berg hoch, dann mache ich immer unten so einen Beschleunigungstest, fahre mit 80 so an, gucke mal, wie schnell das Auto oben ist, ist das unglaublich unterschiedlich, dann hat der Jesuzo ist dann überhaupt nicht elastisch und hat eine Beschleunigung wie eine Wandertbühne, während der Heilux beispielsweise noch einen richtigen Punch entwickelt, also da merkt man so eine Art Beschleunigung, obwohl die Wohnkabine da drauf ist, mit dem bin ich oben auf 130, 140, mit dem Jesuzo habe ich vielleicht 110, also wenn ich ein gelassener Fahrer bin und das das alles ertragen mag, dann ist der Jesuzo nach wie vor auch ein richtig gutes Auto dafür, weil er auch das richtige Vier tragen kann, aber Motorleistung ist an manch einer Stelle durch nichts zu ersetzen und da würde ich immer über 200 PS wählen wollen. Und die zweite Frage, wir beginnen ja auch im Pickup-Bereich so ein bisschen mit dem Thema Elektro, wir lassen jetzt mal vielleicht den Tesla Pickup außen vor, hast du damit schon Erfahrungen? Also ich selber habe noch keine Erfahrung, wir hatten aber schon mehrfach Kontakt auch zu den Herstellern, es gibt da ein paar interessante und der für mich am interessantesten ist der Rivian R1T oder R1T, das ist ein amerikanisches auch der teuerste, ne? Ah, es ist alle gleich teuer, aber die haben beeindruckende Tesla mitgefallen, denen man auch glauben kann, es ist ja nur mal kein Engel und Mast dahinter, den man ja quasi aber gut, nicht glauben kann, die Rivians sind erstens sehr pfiffig und die haben zum Beispiel eine sehr anerkannte Bristol-Tour gemacht mit ihren Autos und haben alleine durch die Rekuperation so viel Strom wieder eingefahren in einem ganz normalen Overlanding-Szenario, dass das auch interessant wäre für eine mittelgroße Wohnkabine. Also so gerade die amerikanischen Pop-Ups im Stile der 4-Wheel-Campers oder der da komme ich jetzt gerade nicht drauf, egal, jedenfalls diese typischen Pop-Ups, diese Offload-Kabinen, die würden sich darauf ganz gut machen, abgesehen jetzt von den pfiffigen technischen Lösungen, die der Rivian ohnehin schon mitbringt. Aber das ist auf jeden Fall demnächst Thema hier. Leider ist es anders als bei den City-Rutschhörner, bei den kleinen Elektrofahrzeugen, die ja im Nahbereich immer mal Sinn machen und bei Dienstleistern und so, ist es halt dummerweise bei den Pickups anders, die wir benutzen, bei uns zählt natürlich Reichweite. Aber das ist nun mal so, wenn ich jetzt ein Elektrofahrzeug habe, mit dem ich keine Ahnung, Krankenbiets fahre oder so, dann kommt der abends wieder an die Stromleitung, dann habe ich kein Reichweitenproblem. Wenn ich aber Overlander bin, dann habe ich ein Reichweitenproblem und da ist die Frage, wann wir uns technisch langsam darauf einstellen können, dass es Sinn macht, solche Fahrzeuge zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt da durchaus ein paar vielversprechende, auch der Ford F-150 Lightning scheint wohl ein vernünftiges Auto zu sein. Dann ist der Hammer wieder auferstanden, auch unglaublich teures Auto. Hier gibt es das von GMC als Hammer EV und der kann sogar so Sachen wie Panzerwände auf der Stelle, der kann Crab Gang, also der kann schräg links, schräg rechts fahren, der hat, ich weiß gar nicht, wie viele Kameras rund um, das ist auf jeden Fall ein Thema und damit setzen wir uns auch im Elf immer wieder mal auseinander, wenn es da was Neues ist. Vermutlich werden wir da auch noch ein bisschen brauchen, bis das wirklich für Overlander ist, aber es gibt ja auch tatsächlich einfach, ich sage mal in Anführungszeichen normale Camper, ohne das irgendwie negativ zu meinen, die dann wahrscheinlich mit so einem Elektroauto noch eher loslegen können, wo es vielleicht anfängt. Ich denke auch, bis wir quasi in die Mongolei mit Elektro fahren, sind wir noch ein bisschen hin, weil Diesel kriegt man halt da noch deutlich öfter, auch wo es nichts gibt, weil die müssen zumindest irgendwie ihre LKW und Traktoren bedanken überall auf der Welt, also es gibt nur Hafer für die Pferde, aber deswegen trotzdem ja eine spannende Geschichte, weil sich alles weiterentwickelt. Dann bin ich mit meinen Fragen durch, bevor wir gleich zu den Tipps der Woche noch kommen, die wir haben. Nele, was hast du noch an Fragen? Ich habe noch zwei kurze. Die erste geht noch mal ein bisschen zurück auf das Thema Antrieb und Motorleistung oder Hubraum. Wenn du es jetzt auch mit Blick auf die Uhr relativ kurz resümieren müsstest, was würdest du bevorzugen für einen Pickup mit Wohnkabine, Benzin oder Diesel und ab wie viel PS beziehungsweise welche Motorleistung brauche ich oder welchen Hubraum brauche ich auf jeden Fall auch für kleinere Pickup-Camper? Ja, da würde ich immer so in Top-Shelf oder ins oberen Regal greifen. Das heißt also, ich mache mal so ein bisschen fest, der Pickup sollte immer Allrad haben, zuschaltbar und am besten noch eine Interax-Stelle, weil mit dem Pickup erstens mit Lände, früher oder später passiert das. Zweitens, er sollte 200 PS Plus haben, er sollte zweieinhalb Liter Hubraum Plus haben und sich jetzt seine Leistung nicht immer nur aus so einem 1400 B-Turbo holen. Er sollte Diesel sein, auch aus den Gründen, die Karl-Sebastian schon gesagt hat, gibt es eigentlich auch überall. Das Drehmoment sollte auf jeden Fall bei 500 Newtonmeter liegen. Ich weiß nicht, die Suitsu hat nur 350, kriege ich wieder Haue, aber eigentlich ist da auch da, mehr, mehr, ganz einfach deshalb, weil ich aus verschiedenen Situationen im Schneeschlamm, auf Schotter oder auch am Berg beim LKW-Überholen besser wegkomme. Er sollte eine Tonne ungefähr tragen können, also zunächst im Sammlung eine Tonne erhöhen können und er sollte mindestens 3000, in der Regel aber 3500 Kilo ziehen können. Dann habe ich auch die Option, selbst in der Wohnkabine noch einen Motorradanlänger oder vielleicht sogar einen Pferdehänger zum Turnier zu ziehen und da ist er übrigens auch sehr angesagt, also Pick-up mit Wohnkabinen und Pferdehänger, das ist ja in den USA angesagt und ist momentan ja auch so ein bisschen der letzte Schrei in Deutschland. Ja, das war doch jetzt eine wunderbare Zusammenfassung, um nochmal das Thema Auswahl von Absetzkabinen und Basisfahrzeugen abzuschließen und dann kommen wir jetzt zu den lange angekündigten Tipps der Woche. Da würde ich mal heute unserem Gast den Vortritt lassen, Andreas. Hast du irgendwas, was du persönlich unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst? Es muss nichts Camping oder Pick-up oder sonst was Relevantes sein, darf es aber natürlich. Ja, dann fangen wir nochmal an mit Leuten, die noch gar kein Pick-up oder eine Wohnkabine haben, also wie geht ihr das Thema an? Da schlage ich halt vor, informiert euch umfassend, fahrt zu den euch nahegelegenen Händlern, geht auf Messen und entscheidet euch nicht, weil sie euch gefällt für die erstbeste Kabine, sondern da solltet ihr noch drüber schlafen, das ist wahrscheinlich analog zu euren Wohnmobilen und Campingbussen auch. Erst wenn man drei, vier verschiedene Konzepte auch gerne gesehen hat, kann man sich da vernünftig entscheiden und ja, also kauft von den anerkannten Händlern, denn eine günstige Wohnkabine zu kaufen ist das eine, das zweite ist aber den Service und vor allem auch die Ersatzteilversorgung hinten dran zu haben und ernsthafte, seriöse Händler haben das natürlich, du kannst da hinfahren, die werden Gewährleistung, Garantie, Arbeiten machen, ohne mit der Wimper zu zucken und die haben dann auch den Siphon, den Schlauchanschluss, den Gasanschluss oder die Lüftungsverblendung für ihre Modelle da liegen, wenn die kaputt sind und können euch die montieren und das habt ihr halt zum Beispiel nicht, wenn ihr irgend so ein No-Name kauft oder aus China über AliExpress bezieht. Dann, vielen Dank. Sebastian, möchtest du oder soll ich eben? Ich kann auch meinen Tipp sagen, der ist diese Woche gar nicht so campingig, aber darum geht es ja auch gar nicht, wobei man es auch beim Camping nutzen kann. Ich habe mir eine Heißluftfritteuse angeschafft nach sehr langen Zögern. Oh, ich zögere noch. Nachdem ich da, also ganz kurze Einleitung dazu, ich bin ja großer Fan von Kaltzonenfritteusen, also einer richtigen Fritteuse, wie man sie aus dem Imbiss kennt und da Pommes zu machen, habe ich irgendwann abgeschafft, weil die Reinigung ist einfach für zu Hause. So, dann nächste Evolutionsstufe war ein Wok, da komme ich beim nächsten Mal dazu, das ist dann noch ein Tipp der Woche von mir. Da ging das ganz gut, auch mit dem Saubermachen und jetzt habe ich mich aber dazu entschieden, weil ich auch so ein bisschen mich damit beschäftigt habe, ein bisschen gesünder zu essen, so ein Ding zu kaufen. Habe auch lange recherchiert, habe gesehen, da ist am Ende des Tages ganz viel Marketing dabei, habe mir relativ preiswert, 60 Euro habe ich bezahlt, ausgeben, ein bisschen Preise beobachtet und ich bin absolut begeistert. Die ersten Pommes sind gar nichts gewesen, das kann ich auch dazu sagen, die gelingen im Wok oder in der Fritteuse beim ersten Mal besser, aber ich habe mir das nur angeguckt, habe überlegt, was hast du falsch gemacht und wenn man sie doppelt frittiert, zweimal durchlässt oder einfach lang genug drin lässt und die richtigen Kartoffeln hat, funktioniert das richtig gut. Ja, die sind nicht so ölhaltig, die sind nicht ganz so lecker, wie wenn sie frittiert sind. Mega geil und ich habe eine Entenbrust diese Woche gemacht, ich habe heute Lachs mal testweise drin gemacht, den ich sonst immer auf den Grill schmeiße, ich habe Tofu drin gemacht. Es ist super geil, ich kann das halt wirklich hier, wir haben ein kleines Mini-Häus, Tiny Home hier, das heißt, wenn ich unten Lachsbrat oder Ente, dann riecht das hier oben unter meinem Dach, wo ich sitze, den ganzen Abend nach Ente, ist alles gar nicht gewesen, es riecht ein bisschen, also es ist super geil, du hast kein Spritzen, kein Nichts und das Zeug wird trotzdem lecker, knusprig mit ganz, ganz wenig Öl. Also ihr merkt, ich bin da absolut geflecht von, war eine der geilsten Käufe dieses Jahr, naja, das Jahr ist noch jung, mal gucken, was da kommt. Also ist ja doch durchaus auch ein Thema für viele Camperinnen und Camper, das wollte ich gerade noch sagen, die sich so ein Teil mitnehmen, genau. Genau, machen ja, machen ja viele und ich habe immer geguckt, also das Ding, was ich jetzt habe, hat 1600 Watt, das braucht es meistens auch gar nicht, es läuft ja meist nur zehn Minuten, eine Viertelstunde, das heißt, man kann sogar, wenn man eine autarke Stromanlage mit Lithiumbatterien hat, die ein bisschen Speicherkapazität haben, kann man das sehen, sogar ohne Landstrom betreiben. Auf dem Campingplatz vielleicht bei höchster Temperatur kann es ein bisschen knapp werden, weil worst case sind das schon irgendwie sieben bis acht Ampere, die sie so braucht, aber wenn man sie ein bisschen runterdreht, funktioniert das halt super, wobei ich nicht weiß, die haben ja dann so eine Heizspirale drin und es gibt vielleicht manche, die dann auch weniger in der Spirale heizen und manche, die eben immer nur an, aus, an, aus, da muss man ein bisschen gucken, wenn du eine hast, die nur an, aus macht, kann es sein, dass die ein bisschen mehr Energieverbrauch hat. Das müsste man dann vielleicht vorher einmal zu Hause mit dem Strommessgerät testen. Ich werde das aber auch nochmal ein bisschen beobachten und dann vielleicht auch bei einem der nächsten Folgen nochmal berichten, weil davon hängt ja auch viel ab, ob ich das vielleicht auch aus so einem kleinen, schlecht abgesicherten Campingplatz irgendwo benutzen kann oder nicht. Ja, das ist mein Tipp der Woche. Mein Tipp der Woche ist, ja, passt eigentlich gar nicht so schlecht zum Thema der Folge und zwar ist der in erster Linie was für Langzeitreisende und für Reisende, die außerhalb der EU oder außerhalb der Eurozone unterwegs sind. Und zwar teste ich jetzt, beziehungsweise Halil und ich testen seit längerem jetzt die WISE-Kreditkarte. WISE kennen einige von euch vielleicht noch unter dem Namen TransferWISE zum Geldversenden ins Ausland. Das war früher eben, ja, so die eigentlich die einzige Dienstleistung, so wie ich das im Kopf habe. Dafür haben wir es auch genutzt, um eben Geldsummen von Deutschland nach Mexiko zu bringen, ohne immer unmögliche Paypal-Gebühren und Umrechnungskurse zu bezahlen. Und inzwischen haben die eine Kreditkarte aufgelegt, die sehr, sehr gut bisher funktioniert, sowohl in Deutschland als auch in Mexiko. Jetzt testen wir die gerade. Man kann sich bei Bedarf unterschiedliche Währungskonten anlegen und hat dann einen sehr, sehr günstigen Umrechnungskurs sowieso im Verhältnis zu Banken, aber auch im Vergleich zu Paypal und anderen derartigen Services. Ich habe eine kostenlose Kontoführung für alle Konten, bekomme aufs Euro-Konto sogar Mini-Zinsen, irgendwas mit 1, so und so viel Prozent. Kann mit der Kreditkarte zwei Bargeldabhebungen im Monat bis insgesamt 200 Euro kostenlos machen. Über 200 Euro fallen dann die üblichen Bargeldabhebungsgebühren von 1,75 an, aber alle Zahlungen in unterschiedlichen Währungen online und vor Ort haben bislang bei uns 1a funktioniert und waren jeweils ohne Gebühren und das macht das Ganze natürlich besonders spannend. Ja, das waren unsere Tipps der Woche. Vielleicht konntet ihr auch für euch was mitnehmen. Ich bedanke mich mal wieder beim Andreas für die tolle Folge. Es muss jetzt mal mit Frauchen reden, dass wir als nächstes ein Pick-up anschaffen. Ich bin ja immer schnell begeistert von neuen Dingen, die ich hier lerne. Und der kann ich steuern. Die sind günstig. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann schon mal sagen, zur nächsten Folge bin ich leider nicht mit dabei. Das machen dann Nele und Andreas alleine. Und wie beim letzten Mal wird es aber erstmal noch eine andere Folge dazwischen geben und die nächste Pick-up-Folge dann in 14 Tagen. Ich sage schon mal Tschüss. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörerinnen da draußen. Abonniert den Podcast. Könnt ihr kostenlos überall machen, wo ihr uns hört, damit ihr die nächste Folge zum Thema Pick-up-Camper auf keinen Fall verpasst. Also ich übergebe das Wort an Nele. Ich sage Tschüss. Ja, von mir auch noch mal ganz lieben Dank, Andreas. War wieder eine sehr lehrreiche und spannende Folge mit dir. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal. Da gehen wir nämlich teilweise so ein bisschen von den technischen Aspekten weg und unterhalten uns über das Reisen mit Pick-up- und Wohnkabine. Wir werden auch etwas über rechtliche Bestimmungen erfahren und über so Themen wie Fahrsicherheit, Wartung und solche Geschichten. Aber ich glaube, du bringst uns auch ein paar schöne Reisetipps mit und ein paar Reiseanekdoten und da bin ich natürlich immer ganz besonders für zu haben. Vielen Dank nochmal und du hast das letzte Wort. Ja, ich bedanke mich erneut, dass ich wieder hier sein durfte und ja, ich freue mich auch schon auf die nächste Folge, denn was machen wir denn mit den Dingern? Wir lassen sie ja nicht rumstehen und setzen sie ab, sondern wir sind damit unterwegs und daher geht es dann bestimmt das eine oder andere nette zu erzählen. bis zum nächsten Mal. Musik Untertitelung des ZDF, 2020